Ist der Deckübersicht eigentlich zu groß rechts? Aber ich sehe gerade, es passt nicht mal ganz rauf. War das ja nicht gedacht. Oder lieber ein bisschen kleiner machen, dann kann man unten die Goldanzeige noch sehen und so. Rogue Mirror. Behalte ich das so? Behalte ich das so? Behalte ich den nächsten Zug hau da drauf. Und dann den nächsten Zug dann wieder irgendwo drauf hauen und Deadly Fox spielen. Dann könnte ich sogar Deadly Poison dazu machen. Watt. Ob sich das lohnt? Okay, wenn ich jetzt aber nirgendwo drauf haue, dann spiele ich über den. Das ist bei Rogue halt echt mal ziemlich spannend, finde ich. Wie viele Visceraids hat der denn? Ja, jetzt könnte ich Deadly Poison. Ich könnte aber auch einfach nur Argent Horse Rider spielen und Baded Cultist. Ich könnte aber auch Fork Deadly Poison spielen. Oder ich spiele einfach nur Jedi. Oh, Mann. Oh, Mann. Das war's für heute. Wenn ich den spiele, könnte ich zusätzlich noch Hero Pawn, aber dann brauche ich nicht Hero Pawn. Ah! Ja, ob das so well played war, weiß ich noch gar nicht. Ah! oh nicht schlecht ach du scheiße ach du scheiße ach ich will mit der Waffe nicht auf so einen draufhauen genauso mit Stompi-Kommando ach ich halte es kaum aus ja es wäre so gut jetzt aber ich kann doch nicht meine Waffe überschreiben ach du scheiße ich bin bereit oh 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 oh